Hallöchen Freunde bei Crazy Movie Cats. Zu guten wie auch so schlechten Unterhaltung. Heute machen wir ein kurzes Silvester-Anti-Corona-Viren-Video. Ja, viel Spaß. Hallöchen Freunde. Ich gucke mal ins Display. Ich muss doch hier reingucken. Ja, jetzt ist wieder das Jahr zu Ende. Das tolle Corona-Jahr 2020. Und wir ziehen dann mal ein Resümee über dieses Jahr und über die Aktionen, die wir gemacht haben. Ich und mein Kumpel, der es jetzt vorzieht lieber in der Ungermarkt zu feiern als hier bei der berühmten Crazy Movie Cat Tante. Aber okay. Mir geht's nicht so toll, aber ich werde mal sehen, dass nächstes Jahr besser wird. Hoffen wir, dass nächstes Jahr alles besser wird. Wie immer. Jedes Jahr hofft man. Jedes Jahr am Ende des Jahres. Aber naja, gut. Auf jeden Fall wollte ich mal kurz einen kurzen Überblick über die Aktivitäten, die ich dieses Jahr gemacht habe. Ich werde euch zeigen. Mir fällt einfach nichts ein. Mein Gehirn ist so, ich weiß nicht. Als erstes hatte ich im Februar einen, haben wir einen Filmabend gemacht mit Sushi Essen und Ad Astra. Und das werde ich euch jetzt im Schnelldurchlauf zeigen. Falls ihr Interesse habt, die Videos, die ich euch jetzt zeige, im Original zu sehen, werde ich die euch entweder da verlinken oder unten in der Infobox werde ich die auch nochmal verlinken. Ja, als erstes hatten wir den Filmabend gemacht und Ad Astra gesehen. Das war im Februar. Dazwischen kam dann der Lockdown im März. Und dann haben wir im Mai kamen wieder ein paar Lockerungen und dann sind wir und konnten wir wieder irgendwas machen, irgendwas Größeres. Und dann sind wir in den Vogelpark nach Niendorf gefahren. Das war der Vogelpark in Niendorf in Schnelldurchlauf. Und jetzt Mai, Juni. Ja, dann kam der Juni und da war wunderschönes Wetter in der Zeit, wo ich Urlaub hatte. Und da sind wir nach Hamburg und in die Elfi und das war eigentlich auch ziemlich gut. Und dann kam der Juni und da wurde ich einundschürzig. Und den habe ich auch noch gefeiert schön und bitte sehr. Dieses Jahr war ich glaube ich nur einmal im Kino. Ich glaube im Januar und da habe ich Star Wars geguckt, glaube ich. den neuesten in Anführungszeichen. Und die fand ich ja ganz gut. Und ja, dann war ja nichts mehr mit Kino so viel. Und Filme hatte ich mir diese hier geholt. Mother. Das habe ich mir auf Google Play angeguckt und fand den total gut. Von, was ist das denn hier? Von John Wick. Was sieht das so aus? Was sieht so aus? Die Filme, die ich mir geholt habe. Nur drei an der Zahl. Die habe ich geholt. Und die werde ich mir dann mal irgendwann demnächst reinziehen. Nochmal. Die Farbe aus dem All und ein Glas. Okay. Entweder die oder den fiesen, teuren. Wir nehmen lieber den günstigen. Und dann schenken wir uns mal ein bisschen Sekt ein. Ja, sprudelt die Dudel. Mann. Okay. Voll gekleckert. Okay, Leute. Dann wünsche ich euch mal ein frohes, neues, gesundes, neues Jahr. Und hoffen wir, dass der böse Corona bald verschwindet. Vielleicht ist ja im übernächsten Jahr alles mal weggeputzt. Und jetzt nehme ich mal einen Schluck. Schön trockener Sekt. Das ist immer gut. So. Ne. Also dann. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, gute und schlechte Unterhaltung. Eure Crazy Movie Get, Tante. Meine Müllecke. Heute geht es los mit unserer... Nein, Moment. Ma, 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 ma. Blö, 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 blö. Und wie es auch nicht anders sein kann. Oh, ne. Hier ist wieder Ohrum. Ich habe ja wieder die fiese Buddel hier stehen. Moment mal. Meine Hosen. Da holte ich gar nicht rein. Ha. Huh.